Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur Cities Skylines und heute würde ich sagen, tun wir uns mal auf den Punkt, dass wir das hier austauschen. Wir sollen Autobahn kreuzeln, das es die Möglichkeit gibt, hier in die Stadt einzufahren. Und die wird von vorne bis hinten erstmal durchgeplant, würde ich sagen. Bedeutet, wir können natürlich schon das hier bauen. Und ich würde wahrscheinlich mein System hassen, dafür, dass wir jetzt hier wieder alles wegreißen. Weil nachher alles wieder nicht so passt, wie es eigentlich passen sollte. Und irgendwas wieder schief läuft, aber hey, das ist mir wurscht. Wir müssen jetzt alles ein bisschen umsetzen wahrscheinlich auch. Wir werden das Autobahnkreuz hier angesetzt. Also als erstes ist, so ist nur das Autobahnsteck da drinnen weg. Okay, das kann man aber schnell wegnehmen. Das ist ja Autobahn. Ah, das ist doch gerade drinnen. Würde das irgendwie möglich sein? Das Ganze jetzt so dreht. Bei der Anschluss wird da leichter. Dann machen wir das so, weil das ist natürlich der wichtigere Punkt, dass wir das anschließen können. Das bedeutet, hier kommt Autobahn wieder hin. Natürlich, als die gekannte, gewohnte Autobahn. Den Anschluss muss ich neu machen. Ach ja, da war ja mal ein Erdbeben und so, ne? Dann wird das hier geupgradet dementsprechend. Da geht es, das ist wieder so ein beschissenes Scheiß-Strakes-Zeug. Ah. Könnte mich schon wieder aufregen, ne? So. Äh, ne, das wollte ich jetzt nicht. Äh, aber das kommt gleich rein. So. Jetzt müssen wir den Anschluss noch verändern, aber das ist negativ. Dann wird man nicht das auch nicht auf die drei Spur-Systeme. So. So hat sich erst, erst hoffentlich funktionieren. Schauen wir mal. Hoffe ich mal, dass das jetzt keinen großen Staueffekt hat auf einen Schlag. Das wäre nämlich scheiße dann. Rein theoretisch könnte man doch eigentlich wieder zwischen die Teile auf zwei Spuren kommen. Dann geht es hier wieder über die Extraspur zu abbiegen. Ha. Das ist doch schon mal perfekt. Rein theoretisch kommt noch immer zurück, ne? Rein theoretisch ist das da auch kompletter Schwachsinn, ne? Aber ich glaube, wir müssen hier auch hier wieder ein bisschen Regeln einfügen. Zum Beispiel wie sie auf die Autobahn auffahren dürfen. Weil da ist das Spiel nicht so schlau, wie wenn ich die Straße teile. Also es ist ja auch nur da benötigt, aktuell wo dann die Staugefahr besteht. So. Und jetzt planen wir mal, wie das hier vorangeht. Ich würde ja sagen, dass wir das mit mehreren Kreiseln lösen. Mit mehreren großen Kreiseln. Den einen platzieren wir hier. Den anderen hier. Und das schließt dann die Autobahn an und geht sozusagen auch wieder dort raus. Bedeutet, wir brauchen eine... Was haben wir denn da drin eigentlich für eine? Da haben wir eine Dreier. Und wir nehmen auch wieder eine Dreier. Ups, ist ein Schluck auf. Entschuldigung. Und setzen mal hier den ersten Kreiseln. Warum habe ich hier eigentlich nie so Entfernungsteile mehr seitdem dieses Muscheln? Ich kann nie wirklich sagen, ob das jetzt sieht. Wann ist jetzt keine 90 Grad? Hä? Okay, wir machen das mal wieder in altbekannte Weise. Durchmesser von 2 würde ich sagen. In beide Richtungen. Ist ja auch ganz. Und dann ziehen wir das Teil, damit es auch wirklich gerade ist. Hier. Einmal rum. So. Kann ich hoffentlich das Stück entfalten. Umsatzlich kann andere Flänge jetzt reinmachen. Oder nicht. Perfekt. So. Dann nehmen wir irgendeine Straße erstmal. Okay, doch. Nee, das ist scheiße passiert. Hier haben wir das ja nachdem. Hier sind wir die Rechte. Kann man normal nehmen. Sogar hier zum Beispiel auch passiert. Oder? Oder nee, da nicht. Schaut nichts aus. Da haben sie es nicht gemacht. Ausgesehen. Nein. Mann, ich vergesse mal, dass die Rutsche... Nein! Kommt doch gar nicht mehr auf möglich. Mann, oh. So. Einmal Kreisel. Zweimal Kreisel. So. Passt perfekt. Genau. Dann wird das hier wieder weggemacht. Und wir kümmern uns mal um die Auf- und Abfahrten. So. Warte mal. 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 Genau. Jetzt kommt hier diese drei Sprüge auch rein. Ich frage jetzt nicht, ob wir sagen, ok, das ist eine geile Idee, warte mal, mein Hirn arbeitet schon wieder, wartet mal, mein Hirn hat eine Idee, ich muss den nur dementsprechend umsetzen können, 3, 3, 4, ich glaube 4 sollte zucker drüber kommen, perfekt und dann das ganze nochmal so, oh, ich schaue das jetzt dementsprechend interessant aus, aber der Sinn ist dahinter, dass wir, so, nicht so ansprechend wie das andere, ja, ja, Movetool, blablabla, ja, so können wir das auch machen, man, und das ist jetzt uncool, deswegen gehen die beiden, kann man sich irgendwie gleichzeitig mit, und doch gehen, ok, perfekt, und nach oben, und gehen die auch dementsprechend nach oben, ich schaue das nicht einigermaßen nach etwas aus, so, aber die geht dann sozusagen da drüber und endet dann da hinten, aber sozusagen dort kann man ab und wieder auffahren, in dem falle geht es ja dann hier so, so, und hier so, und da die richtung der falschen ist dann wieder eine 3er Autobahn, weil natürlich dann wieder sozusagen mehr Platz ist und dann fühlt sich das dann wieder hinten rein, das könnten wir eigentlich direkt mal machen, das ist gerade gerade mal was haben wir denn das Movetool, wenn es nicht für das nötig wäre ein bisschen nach drüben das ganze noch ziehen, damit es auch dementsprechend geht, entsprechend nah aneinander ist dann haben wir den Anschluss hier zum Beispiel schon fertig, aber da das ja hier falsch herumläuft, muss es dann immer wieder fertig, zack 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 Perfekt, angeschlossen ist es schon dann geht das hier, ich würde es auch oben direkt lassen, das ist eigentlich schlauer wenn wir sagen, wir lassen das direkt oben ich denke mal bis hier ich glaube, das war der Affen perfekt, genau und dann bekommt das ganze natürlich den Upgrade perfekt und da kann unten durch dann jede Straße sozusagen führen auch, ohne dass wir Abstandsprobleme haben und hier kann man dann entscheiden, ob man raus will die Frage ist hier sagen wir dann okay, wie geht es auf eine Zweispur zusammen und hier dient sich das dann dementsprechend so, wie ist das hier am Schlau so, wir machen das jetzt erstmal mit diesem Zweispur-System so, dann könnte man rein theoretisch sagen, kann man hier noch ein Upgrade durch durch, okay, das ist die falsche Autobahn so, jetzt sozusagen wäre ja mehr Platz wieder zum Auf- und Runterfahren und dann notfalls kann man ja immer noch sagen, okay, man macht wieder drei Spuren drüber und dann fährt sozusagen hier die Strecke weiter und guckt hier das Autobahn-System so, wo wir jetzt schon von Sprachen sprechen, tun wir mal die Hauptstraße hinzufügen ich würde auf eine zweispurige, schöne Straße setzen die hier bis an den Wasserrand geht und dann einmal bis herunter so, das ist sozusagen das Grundkanzug ah, jetzt brauchen wir aber unbedingt auch hier eingefügt die Höhenlage Höhenlage? genau, wie weit können wir denn hier bauen, ohne dass wir in unseren Central Nationalpark reinstoßen ich glaube, so weit geht ohne Probleme das ist das Maximum, weil da geht dann hier kann man vielleicht noch so eine ganz kleine Abzeugung zum Beispiel bauen und dann nehmen wir eine normale Straße jetzt auch nur eine normale Straße wir nehmen jetzt aber hier natürlich alles schön im Luxus mit viel Bäumen ich glaube, das ist das so, das ist das so, das ist das so eine Aussparung nach hinten. Vielleicht tun wir dann da einen Weg nach oben machen mit Seilbahn, das ist ja gleich eine ganz coole Sache. Aber jetzt wird hier alles natürlich mit dementsprechenden Straßen auch gebaut. Ich fülle jetzt hier gerade weg und nun die straße durch. Hier geht es eher weniger. Gibt es auch noch mal. Also es ist ja schon verbunden, dass das Ding grundsätzlich soll so wenig verbunden sein wie möglich. So. Da geht es ja auch noch was. Perfekt. Ich weiß, ob man dann das nicht sozusagen da drin unten lässt, dass man hier die so jeweils rübermünden lässt. Eine Straße. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Gedankenweg gerade verfolgen könnt. Also sozusagen, dass nicht immer unten drunter die Wege führt. So, nehmen wir hier das zweite Mal. So, hier. Und dementsprechend haben wir ein Straßensystem schon eingebaut. Und hier geht dann so eine Straße außen rum. Hm. Wie machen wir das jetzt? Aber jetzt haben wir ja schon mal hier in der Mitte das System. So, dass wir auch noch das Außensystem ergründen können, wie wir das machen, dann hätten wir schon die nächsten Ortsteile mit eigener Autobahnauffahrt. Und am besten setzen wir dann hier alle wichtigen Verkehrs, also Polizei und alles hin. Aber von dort aus kann sie natürlich überall schnell hin. Und vor allem, wenn wir ausbauen, ist sie hier nicht direkt am Ende der Welt. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn ich euch gefallen bin, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Ciao!